Das ist was für die Mikrowelle, meine Damen, was ganz schnell ist, das ist geil, das ist Stehen, lang und ankommen, wenn wir ankommen lassen, dann ziehen, ausgleichen, das ist so klein, lass du bleiben, lass du bleiben, lass du bleiben, was kostet denn das Blei? 15 Mark, 15 Mark, 15? 15? 15? Ja, wollen Sie noch, wenn Sie in 20 Sekunden kommen, Sie sind wunderbar, und es sind große Schlammhalle, meine Damen und Herren, siehst es, wenn Sie mit diesem wundervollen Ölkantig können, Sie können mit einer solchen Lehrtur die nur noch Das ist ein Gemüse für sich selbst, meine Damen und Herren. Bleiben Sie stehen und überwunden, dass Sie diese neue Welt des Grünen. Nein, das ist doch gleich den Kopf und der Vollzeit. Sonst dann kommt das Traunen, Traunen, meine Damen und Herren. Ja, voll fast, was versteht, wenn Sie eine Freude machen. Traunen, traunen, traunen. Wenn Sie noch keine Mulher im Schrank haben, dann reifst Sie zu. Traunen, 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 traunen. Lass sie ein, ganz gut, nichtran. Unglaublich, der Mann hat da passt. Genau, richtig, meine Damen und Herren. Die Fertrin, wenn Sie die Flaschen machen. Das ist unglaublich. Nassen Sie die Furchen in Tatsache. Unglaublich, wenn Sie den Markt, Das neue Plastikgetikalie, glaube ich, jetzt. Das ist wunderbar. Da weiß man, dass sich das da noch leichter sehen guckt. Warte mal, warte mal. Wundervolle Weihnachten. Jawoll, meine Damen und Herren, bleiben Sie stehen. Die kommen von heute auf. Das ist die Wunderbarkeit. Das ist Kunst. Jawoll, meine Damen und Herren, bestaun. Das ist die Funktion, meine Damen und Herren. Das echte Fünfte, das wunderbare Plastik, das ist unbedingt jetzt für Weihnachten. Das ist das Heimschleppchen, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen die Kunden kaufen, meine Damen und Herren, um sich erfähren zu können. Das ist der Fach von Telekommunikation. Dann bleiben wir noch ein bisschen bei dieser Geschichte. Halt mal her! Jaaaa! 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 Nach hinten! Frisch aus Bankreis! Korabi! Die Mama kriegt den Baris! Und wieder mit Hatscha Pappa! Die war gemacht! Und der Tanz ist dabei gelaufen! Wenn mal schlechte Schwingungsstimmung in der Bude ist, dann zeigt das, was gar nicht an. Aber je nachdem, was los ist, da schwingt's und schwingt's. Hier passiert nichts. Das ist ein Schwingungsstimmung. 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 Das ist ein Schwingungsstimmung.